der war gut gut dass ich denke jetzt noch mal reingucken hier ist nix das gebäude da vorne das macht mir keine schlaflose nächte der arschloch suchen wir woanders hier drüben ich gehöre nicht zu dir ich mache ich fertig von mir doch hinter mir ich muss nach vorne nachladen das pferd und jetzt bin ich einfach da aus dem haus er war hier wir geben nicht auf ich hab dich gesehen ich dachte ich wollte einen kopfschuss machen komm hoch maschinengewehr ist aber keine englische art auto komm hoch freund so jetzt habe ich den nächsten hier wird zeit dass wir woanders hingehen immer mal hinten rum weiße treppe ach so wir haben den vor allem hier drüben liegt ein toter motherfucker hier drüben hier drüben fertig fertig hier drüben hier drüben hier drüben hier drüben ich bin da hier drüben das war eine leertaste und weh ja da gehen wir mal hinten rum kakaus vorbei der bruder ist tot das mit dem festsitz hat sich glaube ich erlebt mein freund so klettert doch wieder rein das ist gott das war mit hier so jetzt haben wir auch dass wir die kids haben und zwei ok das hinter sich da brauchen wir jetzt gar nicht mal nachhelfen wenn wir bleiben und bei unserer schrotflinte die ist eigentlich gar nicht mal so schlecht wir haben eigentlich alle erledigt bin mir sicher gut dass ich noch hier hochgelaufen müssen auf jeden fall hier rein sehr gut da drin ist einer ach so da habe ich ganz vergessen der schießt daher und wir müssen aber so ganz schnell sein dazu hast du kein reich muss ich hätte es mich töten sollen das ist das schlacht richtig dann diesen nutzlosen alten mann da hat er keine chance wenn er noch voll zusammen gemoppelt normalerweise müsste der tod sein ich glaube das ist scheiße das ist ein bug glaube ich jetzt molotov cocktails ok ach so wir müssen doch eh ich sehe sie einem feigling und verräter schwanze kunden keinen weichen neuschen der mann von dem du sprichst hat mich aufgenommen als ich nicht wusste wohin du bist nicht besser als er du kette kusson du schweine und schmau in der halle beruhig dich ich soll mich beruhigen wie soll das gehen er hat mich gefangen gehalten eingesperrt tag und nach mich verprügelt und missbraucht ich verfluche dich du monster dich und deine ganze vermattete Sinschaft es tut es tut er kann dir nichts mehr tun es ist vorbei 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 wie kann so etwas jemals vorbei sein Pajam verrückte Hayti Anna ok verrückte Hayti die wollen es aber jetzt wissen im Moment mal ach scheiße wir sind voll wir haben schon drei ja Wunderdorfgranaten mit äh zielen mit g drücken halten äh ja das glaubt das kennen wir aus anderen gehst du mal wieder runter jetzt müssen wir natürlich auch erstmal jetzt wird's blutig was die 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 wir Entschuldigung! Entschuldigung! Er tut es immer mehr von uns! Achtung Molotow! Molotow! Nimm! Warte! Mache mich schon sichtbar! Näh! Hö! Hä? Mit was wird's? Oho! Oho! Mache mich schon sichtbar! hat mich hier festgenau ich werfen immer nehmen wir ja noch mal runter hab ja mal nicht viel gebracht habe ich ihn dürfte eigentlich alles gewesen sein ich kann nämlich keiner reden so wie verpassen wir uns das medikit brauchen wir eigentlich nicht ah da ist ja noch einer ok wir gehen mal runter damit wir die munition ausnahmen können ach scheiß hinten war ja noch maschinengewehr gewesen das haben wir jetzt natürlich nicht eingesammelt ich bin hier da ist er alle hier jetzt haben wir eigene leute ab fertig gewahr so der da oben habe ich so das haben wir erst mal wir gehen das mal ja okay da war da rein steuerung ist wie gesagt ist ein bisschen schwierig hier bei dem spiel ist nicht ganz leicht sie kann so warte mal ja der eine war ich komme ihm näher dort wo ist der benner die schmerzen sagen mir dass ich noch lebe ich muss nachladen geht hinter mich oh scheiße dieses arschloch hat mich festgenagelt ja das wird gut ich verstecke mich ja das wird gut der ist da oben ich verstecke mich jetzt komme ich da hin wir haben diesen affen er war hier ist er aber nicht mehr sieh noch boah er hat immer mehr von uns munition automatisch aufgesammelt ok wie komme ich dann da oben hin da muss ja immer dann schießt ihr war da wir müssen diesen ab wo ist der penner hin wir gehen nicht auf bevor wir ihn haben bruder anpfeift die dinger einer mehr für den friedhof wir müssen diesen affen er töten immer mehr von uns ja wacht aufspa das habe ich jetzt nicht gesagt ach 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 vorsicht 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 scheiße kümmert euch was 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 wo man wo kommen die schüsse weg okay mit c alles klar nachladen okay gott so war wir haben ich höre mir jetzt oben noch das andere medien mit danke warum nicht nutzen wenn man das feuerbrand immer noch diese sprüche warte mal ich bin doch hier oben ich hänge fest ich kann doch hier oben rein mensch habe ich das ganz vergessen ganz vergessen dass ich irgendwo rein konnte hat er den einfach keine ausrede nehmt ihr alle fachseinander da vorsicht vorsicht da haltet ihn auf Was ist das? Oh, mit Denko! Ja, rede gegen ihn von der Seite! Ich sehe ihn! Ich bin der da, Soldatenboy! Ich suche Deckung! Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal! Scheint weg zu Sack! Was haben wir erwartet? Keine Ausrede! Nehmt ihr alles auseinander! Ich hab zu! Da, haltet ihn auf! Er wird zu mir rüber zu! Er wird zu mir rüber zu! Er wird zu mir rüber zu! Ich halte nicht mehr lange durch! Hut mich heraus! Ich treffe ihn doch! Ich bin da so geil, wie er dann auf einmal der Volotov fliegt, ey! Wie geil diese Stiehe! Das ist lauter, das macht wieder so lauter, das ist doch... Ist so ein bisschen anders als Wolfenstein, aber es macht... nicht wegfliechen! Keine Spur! Sehen wir da drinnen nach! Nehmen wir mal mal hinten rum! Äh, okay, das war's! Irgendwo rum drüben! Null! Jungs! Hier liegt ein toter! Hä? Wo ist der? Jungs! Hier liegt ein toter! Zeig dich! Ich hab ja was gehört, jetzt will ich wissen, wo der ist! Keine Spur! Sehen wir da drinnen nach! Er hat sich wirklich nicht hin! Meine Facecam war nicht an! Tut mir leid! Ich sag dich, ob das nicht zu lange war, jetzte! Ich hatte mich auf das Spiel... Okay, ist egal! Ich scheiße jetzt auf diesen Willi da! Okay, wir haben voll... Also hier ist nochmal ein Medi-Pack gewesen! Wäre! Ist! Eine Spur! Sehen wir da drinnen nach! über die Momenten von rauskennen? Eier. Auf! Das ist doch gut! Eier. Eier. Abs! Das ist doch gut!